Hi YouTube, was geht ab? Willkommen zurück zu GTA, Freunde, es ist soweit, heute werden wir GTA durchspielen. Es ist immer noch mein allererstes Mal GTA, ich hab vorher noch nie irgendein GTA gespielt. Wenn ihr auch gefinisht habt während diesem Upload, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wirklich, er spielt das heute noch durch. Ja, oh, lässig, Digger, holy shit. Also wir haben auf jeden Fall noch ein ordentliches Stück vor uns, das stimmt. Und ich werde mich heute an die Regeln halten, der Stab, ach du Scheiße, Junge. Und wir versuchen nicht so viel Scheiße zu bauen. Achtung. Ab jetzt. Get your ass in the truck. Bruder, schön zu dritt vorne. So wie ein Fiat Multibler. Boah, Digger, was sind das für geile Karren drauf, Junge. Alter, der Orangene geht ja dumm hart. Das sind die aus den Missionen. True, ja, true. Also den schwarzen bin ich auf jeden Fall schon gefahren. Den grauen. Ich bin alle wahrscheinlich schon gefahren, ne? Alter, wir müssen 30 Kilometer fahren, Chad, ohne Unfall jetzt. Glaube ich. Ich glaube, ich darf die nicht droppen. Aber das gehen wir hin, das gehen wir hin, das gehen wir hin. Oh! Hallo! Du Scheiß-Arschloch, mach mal Augen auf. Sorry, wir haben teure Autos. Bisschen Schwur, das ist immer Chad. Auch im Autotransport. Stell dir vor, du fährst einfach gegen den LKW. Oh, der lebt noch, der lebt noch. Der lebt noch, der Bro. Holy shit. Holy shit. Sorry. Oh shit, wir haben die Cops, Chad. Warum? Ich war ganz normal, what the fuck. Halt den Laster ruhig für Franklin, okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, der Rollerfahrer ist so verlockend. So. Oh, er steigt in das Waffenauto ein. Yo, yo, smart. Boah, lässig. Okay, was war der Button nochmal? Steuerung und Linksfiel. Okay, easy one. Oder noch mehr? GG. Warte, 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 wir machen es mit dem, wir machen es mit diesem Stachelding. GG's. Easy, oh mein Gott. Polizei ist so dumm. Noch einer. No, no, das ist mein favorite Part. Das ist mein favorite Part. Das ist so cool. Das macht aus irgendeinem Grund so viel Spaß. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Let's go, first try. Keine Scheiße heute, Chad. Keine Scheiße heute. Keine Scheiße, let's go. Yo, bitch. Ah, sorry, warte, ich schneide das aus, irgendwo. Skid up. Hallo, Franklin. Ja, wo's Devon at? Somewhere meditatin' or rippin' somebody off? In light of the drama your efforts caused, we felt it was not perhaps the best idea for you two to be seen together for a while. Where's the money? Mr. Weston is one of the most brilliant investors the world has ever known. He's... obviously a maverick, but he's also rigorous in his research. Ja, he may be brilliant. Look, let me be the first to tell you. He ain't gonna fall in love with your ass. Now, where the fuck is my money? With your ass? The best thing that could have happened to you in this situation has happened. He is going to hold your money, invest it in his alpha fund, and make the funds available to you at a time as the transfer will not induce any undue attention. Which is a polite way of saying I'm getting robbed? Are you fucking kidding me? That is a short-sighted and frankly immature way of seeing things, Mr. Clinton. Let's go. I boost cars and pop motherfuckers. Chewing is not really my fucking thing. Digga, pop motherfuckers hört sich so viel cooler an als die deutsche Übersetzung lege Leute um. Wie scheiße, bro. Wie scheiße, Digga. Hey, look, you seen Michael? Man, the contact he set me up with is holding out on the payment, dog. Huh. Um, let's see. His phone is offline. His credit cards aren't active. This is aberrant behavior. Last usage is for a flight to North Yankton. There was a signal from his cell back in Los Santos, but now nothing. But it's worth speaking to Trevor. Most likely he was with him in the Midwest. I'll get him to come see you. Shit, all right, homie. Yo, he's a better man. I told you. Women, we are free. We're bringing a drink to the Richard R.G. We are women. Here are free. Die machen wieder ihre Feminismus-Sport-Dings. Kommt mir auch, hey, jetzt spalten wir den Egel-Kaut. Bro. Ich weiß. Fuckin' act. You little jumped up, motherfucker. Look, how about this, man? How about this, man? Chill, bro. It was funny at first, man. I made a mistake. Unfortunately, man, you failed. It was funny, all right? I apologize. I accept your apology. Okay? All right, so. Let's hug it out. Wow. Wie echte Männer. Oh. Hopps. Gehoppsed. Jäger, ich nach nem schlechten Stream einfach. Okay, das nicht. Das nicht, das nicht. Damn, man. You all right? Look, man. Lester said you had some information for us about Michael. Michael? Fuck Michael. I hope he's dead. Man, I know you are too, man. Come on, man. You two had beef before. But what the fuck happened in North Yankton? Somebody pinched him, man. Who? Friend Ron met these Chinese assholes. They're from Yangshan in China. We had some problems. They mistakenly thought Michael was a human being and kidnapped them. Yeah. Yeah, and now it looks like they holding him somewhere in the city. I guess. You want that piece of shit? That's your fucking business, all right? He's dead to me. Sorry. All right? And chances are, if and when I see him, he's gonna be dead to everyone else as well. Hey, come on, bro. Don't do that. You're pushing your luck, pal. What was that? What? What was that? Uh, nothing. I told you. He ain't my Gila. Ach so, klar. Das. Oh mein Gott, das haben wir beim letzten Mal ja gespielt. Ich erinnere mich. You're making a mistake. It costs a lot of money to track you down. I had to call in every favor I could in the Midwest. And then you kill several good men. Good day, huh? Good day. Good fucking day to you. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. What the fuck? Okay. Ja, wir werden es wahrscheinlich plötzlich schaffen. Startet Trackify unten rechts im App-Menü des Telefons. Trackify, Digga. Sie gefunden? Okay. Sorry, ich frage mein Handy. My bad. Fuck, ist es hier? Das hier sieht ziemlich sassy aus. Hm. Es ist hier drin irgendwo. Können wir hier rein? Nee, ist es daneben vielleicht? Hier vielleicht? Nee. Es ist in diesem Haus hier. Hier hinter, glaube ich. Ah, vielleicht hier oder links? Oh, ja, 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 ja. Hier ist gut. Ich weiß nicht, wie ich die ausschalten soll. Haben wir alle? Wo lebt noch einer? Okay. Oh. Digga, Digga, viel Spaß da drinnen. Digga, Bro, sind Säure gefallen. Digga, GG, Alter. Oh mein Gott. Ach, du Scheiße. Oh, jetzt, glaube ich auch. Oh. Oh, was ist mit ihm passiert, Bro? Holy shit. Oh, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Easy. Oh, und tschüss. Boah. Digga, haben die meisten das von euch nicht mit zwölf oder so gespielt? Das Game? Holy shit. There you go. Boah, lässig, Digga. Boah. Boah. Der zockt doch öfter, Junge. Irgendwo hier rechts, meiner. Jo, Arschloch. Komm rauf, Pussy. Bro, der hat no job. Also, so eine Metzgerei mit so hängenden Leichen, basically, ist eigentlich irgendwie eine kranke Scheiße, wenn man überlegt, finde ich. Bro, das ist irgendwie crazy, Digga. Amerika halt. Real time, real time. Okay, dann raus hier, Chad. Nice. Ja, lass den anderen Wagen nehmen. What the fuck, der ist ja viel cooler. Steig einen Arschloch. All right, easy, Chad. Wir haben Mike gegrittet. Let's go. All right, dann, I'll see ya. For sure. Hey, sure you don't want to come in? What, your big, empty-ass house? Dog, I'm depressed enough already. All right. Well, listen, thanks. Look, man, before you go, what the fuck happened up there? I said, Trevor went crazy, tried to kill me, I got jumped by the Chinese. Man, before all that, I'm talking about the phase. Trevor, this guy, Brad, man. I know what you meant. All right, look, I made a judgment call. I don't know if it was the right one. I did what I thought I had to do. I had a young family, Franklin. I was running with a crew of crazy motherfuckers with nothing to lose. I saw it out. A future for me, for my family. I took it. You took it? Man, you burned every motherfucker you've ever known. It was that or die. Look, I know it sounds cold. I don't expect you to understand it. Not yet, but you will. When you got ties of your own. Look, you wake up one day and your legs, they just give. You just can't run anymore. All right, man, look. You want your back, Brad? When Trevor finds out, you're still alive, I don't know, what the fuck he gonna do. Don't worry about Trevor. He's not gonna get near me. Hey, hey, you watch your back. You hear me? Dog, it ain't me he coming for. We straight, it's you, dog. It's you. I'm just saying. Ja, ja. Trevor wird ihn schon nicht umbringen. Michael, deine Freunde vom Büro wollen was mit uns bereden. Ich hab ihnen gesagt, sie sollen zur Täti-Zielfabrik kommen. Komm dorthin, sobald du kannst. All right, aye, aye, Chef. Wollen wir erst Lester machen oder erst S? Weißt du, was S ist? Solomon, was ist das? Der Film-Azer. Oh. Oh, er wird, was, was passiert hier? Oh. Okay, der hat irgendwelche krummen Geschäfte gemacht anscheinend. Ja, die ficken wir, Jerry, die ficken wir. Weiß ich, ob ich die einfach umbringen muss. Soll ich ja noch nie? Oh ja, die schnauern mich, okay. Eins von zwei. Eins von zwei. Und... Eins von zwei. Gigi's. All right, ja. I'm only a paraplegic. But you can't feel anything. Ah, you're throwing me softballs. Rumrunner. But, uh, speaking of accidents. Those guys... had one. Oh, if only we'd met 20 years ago, Michael. Maybe I wouldn't be in this mess. Ja, you'll need both, brother. Look, it's a pain, I know. But could you come by the studio now? All right, ja, ja, bin on my way, Chef, oh, oh, schönen guten Tag, einmal die Ausweise und, äh, Fahrzeugkapiere, bitte, Spaß. Der lebt noch, oder? Ja, saved. Oh, shit, wir haben die Cops hinter uns, Chad. Äh, oh, ich glaube, wir können, ohne die Cops loszuwerden, nicht die nächste Quest machen. Ich weiß nicht, wo es hingeht, fuck. Aber doch, hier, oder? Kann man hier hoch? Mein Gott, bitte sagt mir, man kann hier hoch. Oh mein Gott, perfekt. Digga, Cops, du blöd. All right, wir haben die Polizisten los, perfekt. So, dann einmal hier runterrutschen. Woo. Hier springen wir einfach runter, weil wir Männer sind, I guess. Oder ich weiß nicht, warum er mir so komisch auf den Rücken fällt, wie dumm. Digga, ich hab die Quest bestanden. Ich hab die Quest bestanden. Ich hab einen Skip gemacht. Wait, what? Ich dachte, das ist derselbe Anruf von eben. Deswegen hab ich den geskippt. All right, Speedrun Strat, I guess. Mike, ich hab deinen Namen in den Abspann des Films aufgenommen. All right, wir werden nie herausfinden, um welchen Film es geht, aber... Geil, danke. So. Dann gehen wir mal zu Zabix rein, wa? Hallo. Wait, hä? War das nicht dein, ja? Ah, hier. Stimmt hier was. Hallöchen. Um... What's going on? Oh, just enjoying a little labor dispute. See, we're about to do something really, really bad. So I need to present myself as a proper textile magnet. So you stop making anything? Nothing looks more suspicious in America than someone who's actually prepared to make something. Jesus. What about you? Oh. Hocken, Trevor. We're having some problems. Brad. Yeah, what else? Anyway, the Union Depository is on hold for now. Can't do it without him, especially now that he knows. Thank God you guys are here. You alone? Davey, where's your boyfriend Steve? He's on his way up. Yeah, they're up here. Listen, the shit's about to hit the fan. Our entire lives together has been nothing but a series of fans and shits. Sort this problem out for me, and I will get Mr. Leisurewear off your back. And if we don't? Then I will go to jail and you will get shot. Ah, fuck you, Dave. I've heard it all before. Not like this you haven't. Has he breathed you? Oh, why yes, he has. He told us that if we do what you say, then together we can take down the big bad wolf that is government corruption. Yeah, and if you don't, we're all gonna fry, because the agency's on us. I've even got some fools in our own bureau that are questioning my methods. I think I'm a liar. A cheater. Some kind of a killer and a thief. So? So, there's some evidence. And I need you guys to find out what they know. What's wrong with Noah? Well, unless you're here to hack into the system, wipe it all clean? No, no, no. That will not work. The only way to access it is through your buildings. Fuck me. Michael. You'd be doing me a very big favor. And if you do this, I'll make sure that all your files are deleted. Ooh. 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 It's the last thing we do. And we're done. Period. 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 I'm a man of my word. So. I find a way, a Feuerwehrwagen to organize. Okay. We have to do a Feuerwehrwagen. That's very important. I think we just call 911. And then they just come to us. When they are there, we kill them. And we take our thing with. I think that's the game plan. Hello. This is 911. What emergency service do you require? Yeah. I'd just want to have the car. Thank you. The fire department is on route to your location. Super. Yeah. Here burns. Unfassbar krass. Also. Here burns crazy. Wäre geil, wenn die jetzt kurz kommen würden. Hello. Mhm. Ich muss mal raus bitte. Danke. Haha. Digga. Na ihr Scheiß loser. Wie ist es, wenn einem das Auto abgezogen wird? So, einmal sauber gemacht, die Jungs. So. Fuck. All right, was jetzt? Oder warum schaut einer Klop mal Läster zusammen? Digga, was hat er gemacht? Die Augen sieht aus, die Gäste sind eigentlich, dass wir wandern. Oder einen Job, dass wir wandern. Oh. Wir brennen seine Base hier ab. Got it? Yeah, I got it. It sounds a little idiotic. Well, under the circumstances, it was the best I could do. Beweise vernichten? Yes. You were the one who chose to do it like this. Oh, come on. But, you know, Trevor has a point about you. You wind too much. Whoa, 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 whoa. Oh, don't even try it. Don't worry. So, betritt das FBI-Gebäude und begib dich zum Drehkreuz. Oh, naja, machen wir es mal. Man, ich kann das wieder abfeuern und dann reingehen. Die Tarnung ist aufgeflogen. Ich frag mich, warum. So, jetzt nochmal richtig, wa? Tschönen guten Tag. So, moin Chef. Guten Morgen, guten Morgen. So, alles Senkrecht in der Büchse. So, hol dir den Mob. Geil, Schein. Wirklich, also, Spannungskurve ist wirklich crazy nochmal in GTA. Wirklich, in den letzten paar Missionen jetzt erstmal noch schön als Hausmeister arbeiten. Megageil. Muss ich hier echt schon den Dreck wegsaugen? Ah, ja, ja. Okay, zack. So. Ah, shit. Zack. Der Mob ist dreckig. Ich wasche ihn mit dem Eimer aus. Bruder, wirklich, auf einmal ist das hier wirklich Hausmeister-Simulator. Das ist krasse Scheiße. So, auf einmal Hausflipper. Ja, wirklich. Und jetzt platziert die Bombe im Spinn. Jo, klassischer Tag. There you go. Jo. So, das war's dann auch schon. Dann nehmen wir uns den Eimer mal wieder mit. Dicker, darf man als Hausmeister nicht treten, Bro? Bleibt das wirklich daran, dass ich einfach getreten hab? Ich mach's nochmal. Bro, was? Bruder, Hausmeister sein ist auch nicht mehr das gleiche. Real talk. Männer, ich mach da mal noch Feierabend, ma? Das Ding ist, das Ding ist bitte blank, ma? Komm mal rein. Oh, schönen Abend noch. Ciao, ciao. Tschau, sie. So. So, wo haben wir mein Kleber ab? Weiß ich nicht, Bro. Weiß ich nicht, Tegi. Schauen wir mal. So, all right, dann springen wir die Scheißen hoch, war. Mann, Dicker, das sind so drei kleine Zivilpackages. Ach so. Wir dürfen keine Kinder mehr schlagen. Hausmeister dürfen nicht mehr treten. Wo kommen wir da denn hin? Digga, Real talk. Oh, wir sind die erste Helfer, Chat. So, die Feuerwehr. So. Oh, es brennt, Chat. Schnell rein. Achtung, keine Sorge, wir haben alles unter Kontrolle. Die wissen alle gar nicht, dass wir es waren, Chat. Jetzt werden ein paar Sachen geklaut. All right, Lester says, these elevators should still be fine. Was he on that industrial strip painkillers or that hallucinatory weed at the time? Yeah, probably a little bit of both. Im Brandfall keine Aufzüge benutzen? Doch, doch, wir machen das. Wir dürfen, wir sind die Feuerwehr. Was sollen wir sonst machen? Laufen? What the fuck? Also, ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Wir sind auch nicht die Feuerwehr, ne? Okay, wir müssen das Laufwerk stehlen anscheinend. Joink. Ja, und raus, lieber. Oh, what the fuck? Als ob so die Scheiben einfach random explodieren. Das macht gar keinen Sinn, Bruder. So, okay. Geh raus, hier, raus, hier. Schnell, 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 Männer. Schnell. Hey, moin, schuldig, Digga. Hey, geiles Strap, Leute. Ja, mach auf! Also. Das ist nur der eine, den wir dazugebucht haben, Extra-Champ. Der war von, der ist von Fiver. Ja, ja. Ach so, dafür muss ich da hinlaufen? Ja, stimmt. Also, Bruder, der Typ war komplett, der war auf Chicken Nuggets von Norex gegrillt, Alter. Natürlich war der tot. What the fuck? Ähm, ja, wir... Oh, shit. Oh, nee, Digga. Oh, nee. Tim hat mir aufs Trommelfell geboxt. Ähm, wir werden auf jeden Fall GTA Online auch noch spielen. Ich glaube, auch nicht direkt, aber wir werden es auf jeden Fall tun. Ja. Oh, nee, ich bin hier. Ich weiß. Oh, nee, ich bin hier. Ah, mach auf. Oh, nee, ich bin hier. Oh, nee, ich bin hier raus. gefickt dieser gefickt nach dem anderen da kenne ich nicht so dass wir die männer wieder wo die anderen laufen einfach ohne die weg ja so eine 31 kann ich hier mit schiff drunter ja geil oder auf einmal apex legends einfach diese dinge erinnern mich so krass an apex diese aufgänge und dann schön einmal hoch einmal hochgesaust bekommen vom gegner gestorben reingeklebt beste können mich diese dinger treffen so wir sind die feuerwehr keine sorge wir haben nichts angestellt we get there at some point soon du took down if they knew who else is gonna know it ain't worth thinking about dog trust is fast akeen all right shit shit i just don't want to run into something and y'all don't want to run into Trevor bro that's who you don't want to run into ha you're right so uh take your get out avoidin the cops the feds and my dear friend trevor billets all right man i'll try try real So, easy, wir sind da. Bitte sagen, ich komme mit diesem Auto aus diesem Wasser raus, sonst bin ich gefickt. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Das, ähm... Scheißenbrech. Jo, what the fuck? Neuer Porsche. Dann passen wir, glaube ich, nicht an, oder? Na, scheiße. Ja. So, Männer steigt ein. Man, Digga, Michael, noch wieder fünf Jahre zu einsteigen. So. What the? Okay, Michael, Michael, absolut notschill. Alles klar, Digga, wir hätten noch einfach kurz, also, wir noch einfach kurz warten können. Mein Bruder, geh doch auf die Rückbank. Digga, ich weiß, du bist 50 Jahre alt. Der, du scheiß Wichser, du scheiß Wichser. Ist das krank? Ist das krank? Ist das krank? Den hole ich mir. Hey, this ain't gonna cut. Naja, Fresse. Stopp! Ist das krank, Digga, gib mir jetzt dein Auto. Ich brauche ein verficktes Auto. Ich muss hier weg! Mein Gott, so jetzt Männer einsteigen. Ist das scheiße, Digga. So. Jetzt bitte nicht zehn Jahre brauchen. Ah, auf einmal ist es okay einzusteigen, aber vorhin mit der schönen Rückbank ging nicht, oder was? Ein Stück Scheiße, Digga. Ja, hier. Jetzt haben wir drei Leute umgebracht, um verfickt nochmal ein Auto zu bekommen. Ist das krank. Digga, chillige Wohnung. Kinderzimmer einfach. We did it! Yeah! Easy! Yeah! How was it? For a suicideally dangerous mission impersonating emergency services while working a high security government facility? It was surprisingly uplifting. Come here, give me some of that! Au, au, au! Sorry, I forgot. You forgot my very, very obvious illness? It happens. Whatever. Hey! Let's get drunk! Franklin, fill up the glasses! Oh, Jenny's rückgesoffen! Real vintage moonshine. Oh, Schöne Wohl. Oh, shit. We're gonna be seeing triple and committing incestions. Der kranker ist ja. Ah, check, check. Check, check. Cheers! Yeah! Das habt ihr auch schon, oder? Man, that's some foul ass shit! Alright, boys. I hate to break up the ritual, but I gotta go square things up with Davey and Dick. Are you serious? Digga, wir haben hier übergeil gesoffen. EIN SHOT! Bruder! Ey, übertreib mich, Bruder. Da wurde richtig gefeiert gerade. Then I can figure out Trevor, you know? Get my life back. Michael hat Familie. Oh, man kann doch mal saufen mit Familienvater, wa? Hey, meine Freundin hat mich betrogen aus Rache. Wollte ich es ihr Heim zahlen und mit ihrer Schwester was starten. Naja, ihr Vater und ich sind jetzt zusammen. Bro, was zum Fick, Bruder. Jeder Franzose fährt besser als du, selbst wenn du nicht mal auf den Dialog achtest. Ach ja, ein Chatty sieht heute super aus. Äh, ja, ich fahr wirklich nicht so gut heute. Aber ist egal. Darauf kommt's nicht an im Leben, Chat. Niemals sind wir so unstillig reingefahren. Never. Never. Das ist so nicht passiert, glaube ich. Aber naja, gut. So. Dann gehen wir mal zu Davy. Ah, Davy. Davy, that's why we're such great friends. Hallo Davy. We're old school. We're like old fashioned things. Newspapers. Celluloid. Good guys. Bad guys. We're friends. Why don't know? You tell me. We did what you said, right? Got those people off your back? Now you're gonna do like you said and cut me loose, right? Things are not gonna work out quite that way. There's a bit of a problem. That's right, Davy boy. You can say that. Steve, I told you I would handle this. Oh, because you've handled everything so fucking well so far, haven't you? Alright, I admit things have been a little unorthodox. I'm fucking orthodox. You ruined my career. Agent Sanchez arrest these men. Oh, are you fucking kidding me? Arrest me for what? For multiple counts of every fucking crime under the fucking sun. Oh, well then let me rephrase. Why? Why? Because you don't want me to testify in court about our various business dealings, right? Agent Sanchez, apprehend the suspect. Agent Sanchez, you'll do no such thing. Now Steve, we agreed to speak to Michael. To try and explain things to him. Not this. This causes problems for us all. Okay! Okay! You put your gun down and we'll talk. You put your gun down and we'll talk. Your mother is dressed. You can do better than that. They know or think they know that I'm the one that was behind the incents. And now you want me to clean up your mess again. Right? Before I end up at the bottom of the ocean. Fucking good luck with that. Put the weapons down boys. Fun time is over. We've got anti-american activity. Put your weapons down all of you. Who the fuck are you with? With me. You fucking rat. I knew you didn't have the balls for this. For the record. I'm a patriot. I love my country. Yeah, America. Yeah, Waffen. Fuck you. We all the teams are balls deep in a plot to drive up your funding by any means necessary. Boys, the guns down. Get me. Who the fuck are they? Fucking Meriware. What are they doing here? Fucking Trevor, bro. He put your gun down. Was that for Trevor? War that Trevor? Yeah, or? Go. Dicker. Oh my god. You have so weit with Martin umgebracht. What the fuck? Oh shit. Mike? This is your frequency? That's over at the end of the walkway. Top of the stairs. I ain't going anywhere, Davey, until some more of these guys kill each other. Ah shit. It's blocked. You gotta head to the stairs at the other end of the complex. I'm not blind, bro. Dicker chillig. I imagine you're just 40 Jahre ausgebilded for this. I find it sometimes a bit verwirrend, bro. Also... Ja. Ja, Flüchtiger. Wahrscheinlich, oder? Bro, stirbt direkt. Ach so. Naja, bei Realtalk, ich find manchmal sind die Missionen schon ein bisschen verwirrend. Manchmal könnte schon so slightly besser erklärt sein, wo man hinlässt oder so. Aber vielleicht ist es wirklich, weil die sagen das und ich hör's einfach nicht oder so. Das kann auch sein. Das ist wirklich so ne, das ist so ne Step up story hier. Das war kurz davor schief zu gehen, aber dann kommt der eine Typ der reingehauen ist vor einer halben Stunde. Kommt nochmal wieder. Und rette den Tag. Mit der pinken Sniper, ja, ja. Wir haben die bisschen umdesignt damals. Booth! Mach's gut, Bruder. Ich weiß, dass er nicht reiflich ist. Oh mein Gott! Bro, holy shit! Digga, das geht? Ich dachte, der fliegt so automatisch irgendwo hin, wo er nicht mich trifft. Bitte sag mir, ich muss nicht wieder anfangen. Bitte nicht mal anfangen, Bruder. Okay, danke. So. Ist er hochgegangen? Nee. Hier ist einer. So. Jetzt können wir. Digga, aber man. Ey, die völligste Kalle, wo er so mag, Liebauer-Karre. Okay, wir den Ding hier. Du hast die Fähigkeit von Michael öfter? Nö, ist langweilig. So. Oh, guck mal hier ist die Mithi. Hallo. What are you doing smoking, huh? Come on. No, no, no. That's bad for you. Don't you know, huh? Yeah, well, maybe it's got a little something to do with being caught in the middle of a three-way firefight between two government agencies and a private militia. You know, that gets me a little stressed out. Okay, but we still need you alive, Mikey boy. I mean, you know, at least for now. Unless, of course, you have another surprise for me. Huh? Maybe something to do with another inappropriate friendship? Yeah, that wasn't exactly Dave's fault. Nooo... Nooo... Crunk is the only fifth food... Theer-Uranian-Better... ...he's looking to further his career by dealing with an equally corrupt and full of the fucking brim with bullshit low rent hood. Listen Trevor... I've been meaning to tell ya you know, I've been meaning to tell ya. What, homie, what do you have been meaning to tell me, huh? That you stabbed me in the back, and that he's never and always will be a worthless wretch, who deserves to be in your body? Ja, was was der f*** du gekommen bist? Oh, du kennst warum. Oh, nein, nein, nein. Einen letzten score. Mhm. Und wenn es gut geht... Guess was? Ich muss nicht einen kleinen Ball in deine Kopf. Aber... Wenn es schlecht geht... Oh, das ist okay, auch. Weil dann, du und ich kommen zu hell. Und ich komme zu spenden die ganze Zeit mit dir. Tormentiert dich. Ich denke, es geht dann. Ja, ich denke, es geht. Ja, ich denke, es geht dann. Auf dem Telefon. Hey, das ist mir. Ich weiß, wie es geht. Es ist einfach fantastisch. Ich bin ein altes Freund. Er hat mir geholfen. Oh, wir sind alle Freunde jetzt. Ich glaube, die Gruppe hat sich aus der Frage. Er will, äh... noch weitergehen zur Final Victory Tour. Okay, wenn es so geht, dann werde ich dich kontaktieren. Und erinnerst du das, wenn wir das rausgehen, werden wir eine Geschichte machen. Yes. Yes. All right. There. You happy? Fucking thrilled. Don't forget, amigo. Keep my eye on you. Yeah. So, ladies and gentlemen. Ich muss kurz, während wir die Story hören, muss einen Clash of Clans Angriff machen. Aber ich passe trotzdem auf, keine Sorge. Oh, was geht jetzt? Aber wir besaufen uns? Check mal jetzt mal ein Praktikum. Mein Chef wird die ganze Zeit mir irgendwie... André, dass die ein Praktikum bei mir machen können. Digga. Oh mein Gott, unser Sohn, Chef Jimmy. Okay. Get big songs. Get big songs. You know, shit just falls on top of me. My life sucks right now. And I don't know what to do, except I wanna say I love you and hug it out. But all that wimpy shit is just... Well, I'd say gay, but I have some friends who are gay, so that's not cool anymore. And the ones that I don't really like, it's not cause they're gay. So, lame. All right? You are just a lame and angry psycho sometimes. all you do bad shit and things that might just be the nicest thing anybody has ever said to me so will you buy me a car? I mean not in the so will you buy me a car kind of way in a completely off topic can you buy me a car I mean firstly I'm a fat shit that you ruined and secondly I will get a job And I will stop smoking pot in that sort of way, okay. Wow, was ne Vater-Sohn-Beziehung. Also, Bro, ich hab technisch gesehen vier Autos in der Garage, aber, ja. Oh Gott. Oh Gott. Haha, dieser Wichser. Haha, dieser Wichser. Haha, dieser Wichser. Nein, äh, Frau, Frau, Frau meine ich. Kannst du's im Nachhinein einfügen, einfach, Bilbo? Ich sag noch einmal Frau, dann fügst du's einfach ein? Verfickte Hure. Alright. Was ist das? Oh! Shush, woman. Hey, Amanda. Fabian. Michael? Hi, Mom. Hi, Jimmy. Ich sag noch mal. 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 Hey, das ist mein Vater! Amanda, ich habe eine neue Unitarne auf dem Halt. Du musst es bezahlen. Hey, Mann, ich werde mich aufsagen, dass du meine Frau ein bisschen Respekt zeigen. Die Brüte blöcke hat deinem Chi, wie auch deine Träte. Haha, ich werde nicht da gehen. Michael, einfach ihn, bitte. Shush, Frau, Frau. Was ist das für dich? Was ist das für dich? Was ist das für dich? Ich habe wirklich gut gearbeitet. Das ist viel mehr von mir, Holmes. Ist er noch nicht? Ja, er ist gut. Ja, er ist gut. Hey, Amanda. Ich will ihn. Ich will ihn nicht sagen. Ich will ihn nicht sagen. Was er zu sagen, Mama ist, dass er ein pathetisch, old, drunken Mess und er braucht dich. Und du könntest viel besser machen, als einen Prima-Dana-Yoga-Instruktor mit einer Anal-Fixation. Shut up! So, jetzt haben wir noch unsere Tochter einen Chat. Du kannst du ihn nicht sagen. Aber ich bin großartig in der Sack. So, listen, Babe. Wenn du es in Vinewood hast, musst du es tun. Auch wenn es etwas braucht, als ein depressed, borderline Alkoholik, die die drittemisch gewaltt, der drittemisch-talent-einrichtung der 40-jährige Femme-Demografie. So, du kannst mich auf den Show, wenn ich dich verletzt? Du kannst du mit einem Blatt-Lipstick. Digga, Amerika! Oh mein Gott, mach mich jetzt! Mach mich mit dem Tattoo, oder was? Holy Shit! Okay, Augenbrauen, Nase oder Ohr piercen? Der Digga, Nase, oder? Oder einfach mit so einem Tacker. Wir machen alles. Oh, zack. So, Augenbrauen auch noch, zack. Yo, wahrscheinlich funktioniert es, oder? Wahrscheinlich funktioniert es genau so. Mit einem Tacker einfach dran, Digga. Auf einmal hast du hier so Piercing drin. Oh, jetzt noch ein Nippel. Jetzt noch so ein Prinz-Albert, oder der, der heißt. Durch die Eichel einmal. Schön einmal durch die Eichel durchtackern. Boah, schön. So, machen wir den Rücken einmal. Jetzt habe ich meinen Schwanz drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist wirklich das Spiel für jeden 10-Jährigen, Bro. Wenn ich jetzt nippe, schneide mir seine Nippel ab. Oh, wir schneiden seine Haare auch noch ab. Holy Shit! Digga, what the fuck? Das ist meine Signatur, meine Ponytail. Das sieht frisch aus, jetzt. Das ist das Weibow. Ist das Weibow. Ja, ich habe viel Juiz in dieser Stadt, aber ich meine... Ich bin nicht eine Mirabelle. Ja. Okay, Leute. Das war ein Schöne. Also, das ist das Weibow. Okay, Trace, los. Wir müssen zur Therapistin. Was? So, geh da haltet euch mal fest. Normaler Tag auf dem Weg zum Strand. What the fuck? Sorry, sorry. Hey. Da will ich euch nochmal sagen, Chef. Lieber entschuldigen, als vorher schon fragen, ha? Einfach mal entschuldigen und dann ist alles wieder gut. So, wir sind zu Hause. Wie bitte? Wie bitte, du lässt deine Mutter und ich sprechen, okay? Wir haben ein paar Probleme, die wir müssen ausrechnen. Und wenn du, wie du zwei nicht in das sind, kannst du einfach sitzen da. Und du bist ruhig. Amanda. Hallo. Good to see you again, Michael. I'm so glad. Ach so, wir sind beim Therapeuten, ja klar. Das war kein Gag. Das war ein Gag, actually. Das war kein Gag, bro. Wir sind wirklich beim Therapeuten. Nachdem wir den Tattoo-Laden hochgesprengt haben. Na, moin. Wow. Mörder finde ich ein zu viel. Klar, ich fahr mal jemanden an oder so, aber Mörder? Wow, what the fuck. Ganz schön großes Wort. Ich würde das nicht sagen, mördern direkt. Danke, man. Der hat wirklich mega was gebracht. Real progress there. Oh, Michael. I hope this goes without saying, but family work is a little more expensive. What, double? Squared. Of course. Take care now. Hey. So, was haben wir noch daraus gelernt? Ja, Therapie bringt nichts, wa? Einfach mal nicht flennen, wa? Echt, wir werden noch weinen. All right, then. Kids. Are you gonna take us home, then? Sorry. So. So, war doch eine schöne Fall, oder? Sieht das irgendwie anders, Seth? Ich bin gar nicht verrückt, Leute. Ich bin gar nicht verrückt. Ihr liegt mich doch, oder? What? What? Oops. You're a menace. Was? Schon heute schon genickt? So. Wir sind da. Einmal aussteigen, bitte. Eine klassische amerikanische Familie, Chat. Alright, wir haben unsere Familie gerettet, Chat. Wir sind wieder eine glückliche amerikanische Familie, Chat. Feels good, man. So. Oh. Wo. Wo? Wo? What the hell are you doing here? It's over, Michael. You're doing good, kid. You kept this bullshit up long enough to help me trigger a fantastic insurance payout when the plug is Hast du die Kiste nicht versichert? Was ist da draußen? Was ist da draußen explodiert? Digga, wenn jetzt meine eine Karre mit euch hergekommen und auch explodiertes Produkt schnallt. Worf mal bei deiner Versicherung an? Hab noch eine CTE gespielt. Meinung zu Kollegah? Ich bin ein Pferd-Klothing! Töne nicht, es zu schlecht, Herr Richards. Wollte du niemals ein Mensch? Leute lieben Filme, jetzt lieben sie, was? Videoen, auf ihren iFruit-Fonsen? Nicht mich schuldig! Ich bin eine sehr spirituelle Person. Ich fühle mich schlecht. Aber die Entwicklung ist die Entwicklung. Herr Kollege, Molly. Namaste. Kann ich jetzt den Film nehmen, Herr Richards? Mein Flugzeug wird in 25 Minuten. Können wir was machen? Digga, in 25 Minuten, Junge. Die fliegt hundertprozentig PJ. In 25 Minuten geht der Flug, sie ist noch nicht mal da. Digga, wirklich da. Die Almans würden jetzt schon nervös werden. 21, kannst du etwas für mich machen? Ja, unsere Frau wurde von ihrem Yoga-Lehrer gefickt. Aber das ist eine andere Geschichte, Chad. Digga. Ja, klar. Wir gehen nur zum Flughafen und reden mit ihr. Schuh, 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 schuh. Äh, Rita? Wir mobs uns mal hier zum Auto. Oh, Devon Hilton. Schuh, schuh, Schlick. Du denkst nicht. Hey, ich bin ein Produzer. Ich produziere die Goods. Don't do this, Schlick. Schuh, schuh. Kein Unfall. Kein Unfall. Ich fahr hin wie ne verfickter Eins. Wir halten Molly auf. Ja, okay. Ah, okay. Ah, äh. Ich bin mir über die Aussage nicht so ganz sicher. Bis jetzt kein Unfall, Chad. Bis jetzt kein Unfall. Ich fahr' wie ne verfickte Eins. Es musste passieren, es musste passieren, aber trotzdem müsst ihr zugeben bis jetzt. Bis jetzt gut gefahren. Okay, wir haben den Clip. Alright, wir haben den Clip, aber jetzt fahr' ich wieder normal. Sorry. So, die Alte wird jetzt richtig schön einmal einmal hops genommen. Ist hier in diesem roten Auto? Ja, ne? Digga, holy shit! Holy shit! Yuki, what the fuck? Oh. Digga, was geht jetzt ab? Hey Männer! Macht's gut, ne? Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Arbeitstag. Oh! Gar nicht! Das stimmt überhaupt nicht! Ich komme! Gar nicht! Das ist komplett aus der Luft gegriffen! Wann habe ich das letzte Mal jemanden umgebracht? Was, ein Quatsch! Äh... Na ja, gut. Dann nehm' ich mal die Filmrolle, wa? Ich weiß gar nicht, was das für eine Filmrolle war. Ich hab' die Story da irgendwie gemisst. Ey Jungs, sorry, ist ein bisschen unangenehm. Ich muss ganz gut dieses Ding hier einfach starten. Ciao, ciao! So! Dann machen wir noch mal einen coolen Stunt. So! So! Ah! Ach, die Sonne muss dann! So! Ich hab' dich mal gelesen, Tony! Aber es gibt nichts zwischen uns! Jetzt, dass ich weiß, dass du eine Diktation möchtest! Wirklich? Wir machen das jetzt? Ich habe nur gesehen, dass Devin Westons Legal-Konsul getrunken wird in einem Jet-Engine. Oh, das Molly-Women? Oh, Gott! Das ist schrecklich! Du hast keine Ahnung! Du hast keine Ahnung! Du panikst, Alter! Wir waren verrückt und gingen in. Aber ich habe den Printen gesammelt. Ich glaub' ich lag' auf der Autobahn. Du glaub' ich lag' auf der Autobahn. Du glaub' ich lag' auf der Autobahn? Das ist alles digital! Wir haben Backups überall! Ich meine, wir schütteln auf der Green-Screen! Aber du könntest mir sagen! Ich bin sorry! Schau, ich dachte, du wusste! Die Endung ist fast fertig! Und wir müssen es raus, bevor sie können... Bro, was?! 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 Bruder, er hatte einen Job! Er hätte einfach nur aus dem Flugzeug aussteigen müssen! Was ist das für eine Scheiße! Schönen guten Tag! Dad, bin gleich bei Ponsenbees! Habt einen Wagen! Besorgt hier einen schicken Smoking! Alright! Jimmy holt uns mit einem schicken Wagen ab! Ich bin gespannt, was das ist! So, was haben wir hier? Hey, freshes Auto! Pass auf! Braun und Lila passen unfassbar krass! So! Boah! Okay! Okay! Ja, nehmen wir direkt, oder? Ah, ich glaube, man muss den auch nehmen! Ah ja, okay! Wir fahren in der Limo dahin! Hey, hey! Where are you going with that? My dad's a Movie Producer! Jimmy! Get back down here! Which makes me a Movie Producer's Kid! Jimmy! Oh shit! Hey, P.O.B. geht nicht! Ich versuche die ganze Zeit zu schauen! Das geht nicht! Leider! Doch! Nein! Das ist das Maximum! Und ich werde noch schicken, wie mein Vater macht! Und ich werde noch schicken, als mein Vater macht! Weil ich nicht interessiert habe, wie er! Für mich ist es nur eine Möglichkeit! Ja! Ja! Du siehst die Strizets Losers? Jizzle in the Movie Vizzle! Bro, das ist er! Das ist er! Das ist dum! Das ist er! Das ist er! Hey, ich höre! Ich höre! Wir gehen zum Oriental Theater auf Vinewood Boulevard! Get back down here! Bro, what the fuck? Und das ist, wie kocken die Celebrities von behind the Barrier. Wir sind eigentlich, wie, properly invited! B, to the I, to the P! Jimmy! Read my Necro! Entitled! E! N! T! Mann, Digga! Jimmy fucks so ab, Digga! Oh, Pop chill! I'm gonna spray in the shizzle! Let's take a drink! Alright, we sind Deutsche! So! Hallo! Schönen guten Tag! Schönen guten Tag! So! Ja! Ich bin es tatsächlich wirklich! Hallo! Schönen guten Tag! Schönen guten Tag! Jimmy, ich bin ungefähr zehn wieder vor dir! Of course they will! Ja! Ja! Ich bin es wirklich! Jo! Pumpe, was geht! Ich bin es wirklich! Oh mein Gott, der ist ja wieder! Oh mein Gott! Bro! Der ist ja der, den wir hier so diese, diese, ähm, diese vierzigreige gejagt haben! Das ist ja der, der so eine rote Stelle! Und Tattoo auch, ja stimmt! Mit seinem Schwanz Tattoo auf dem Rücken! Mr. Richard! Mr. Richard! Hi! If I could just bother you for a second! Um... 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 Sooo, okay! Dann retten wir mal unsere Familie! Wunder mal was weim! 30.000 Ja kein Problem Keine Sorgen Familie wir sind da Bruder, ich habe sie nicht abgeschossen. What the fuck, Alter. Bruder, wenn Amanda nicht stillhalten kann, dann ist sie selber schuld. Sorry, das war ganz viel privat. So, jetzt geht es weiter. Yo, ich meine, what the fuck, das war eine Frauenruhe. Oh. Bruder, was will diese Mission, was ich machen soll? Hä? Muss ich schneller sein? Was muss ich denn machen? Okay, ich habe anscheinend einfach nur, ich habe anscheinend einfach nur die Frau totgeballert am Anfang. Easy. So. Boah, Ginzo, Digga. Ja. Ja, GG. Freitag von den Leuten. Granate fliegt? Einfach jetzt, wir gehen gleich auswärtswinkel. Viel Spaß da unten. Fuck, das hat niemand gekillt. Der Spruch war viel zu cool dafür, dass die Granate absolut scheiße war. Oh. Scheiße. Fuck. Scheiße, das ist irgendwie die Schwester bis hier oben bis jetzt. Feuer in the hole. Feuer in the hole. Feuer in the hole. I need to cover now. Ah. Ah. Not yet. Stay foot. Put something between you and the E.O. Ey, so ein Weg muss mehr laden. Yes, that's that, motherfucker. Who's coming up then? I need coming. Okay. Haben wir's? Die Musik ist ein bisschen zu spannend dafür, gerade, dass sie mehr kommt. Ah, okay. Okay, gut. Wir haben wirklich jedes einzelne Fenster, das wir hatten, einmal zerschossen. Danach haben wir ihn gekillt. Aber er ist immerhin gestorben, immerhin, ne? Jo, jo, ich lebe auch. Alles super hier draußen, ne? Oh, die kommen mit Autos. Die kommen mit Autos, Chad. Die kommen mit Autos. So. Äh, okay. So. Daddy hat geklärt. Oh, shit. Fuck. Nein, nicht mit der Bong, Bruder. Nicht mit der Bong. Nicht mit der... Digga. Bro. Junge Jimmy mit der Bong, Digga. Wie viel müssen wir noch bis zur Letzten? Ich weiß es nicht, fünf oder so. Hell no, we move on that right away, before it gets any hotter. That's smart. Meet me at the Strip-Joint. I'll get word to Frank and Trevor. Alright. Alright, wir machen uns auf den Weg, Chat. Nächste Mission. Mr. DeSanta, good to see you. So, warum klingt der mein Name? Sorry, I'm late. Oh, we were just talking about you. Well, don't worry. Another few hours, you never have to talk about me again, Trevor. You're the one, who likes to talk. Watch your back. You too. That's all I'm saying. Fuck you. Fuck you. Alright, alright. Enough. Thank you. Okay, this is it. We have two options. They're both a little out there. Alright, wir planen jetzt den 200 Millionen Dollar Raub. Okay, Option one. Dann machen wir es mal. Jetzt wird Geld verdient. We take the cruise hostage and we infiltrate the depository. Now, once you're in there and you've got the score, we send in a team of modded cars. You load up, you get out. We need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape. But Option two, we cause a distraction out front. Make them think we're dumb. Well, we've never had a problem to convince people of that halfway. The other guys will be drilling, taking what they can. You're gonna be the distraction. Always the attention seeker. You know, for a guy who's always stepping on his friends to get ahead, he has an unfortunately low sense of self-worth. Okay, okay. Okay, let me show you the board. Michael, subtle or obvious? What's it going to be? Boah. Ich sag ehrlich, ich würde eher subtil nehmen als Brachial. Ich finde, bei so einem 200-Mio-Raub ist es irgendwie fresher, wenn wir es so stealth machen. You know? So auf Undercover. Ich glaube, finde ich irgendwie cooler. So, Chad, ich gehe auf das Spiel. Wir müssen wieder unsere Mitarbeiter aussuchen. Wir nehmen wieder die günstigsten. Oh, der Karl. Karl nimmt 8%. Der ist dabei. Super. Den nehmen wir so. Dann nehmen wir hier Chefkoch. Karim. Super. Und Eddie. Dicker, wie viel müssen wir mitnehmen? Oh, sollen wir bei Hacker vielleicht jemand ein Gutes nehmen? Wir könnten wieder Page nehmen. Weil das Ding ist, wir geben dir zwar viel Prozent ab, aber das ist der einzige Part, der wirklich wichtig ist. Guck mal, Shooter, ich kann auch gut schießen und wir machen stealth. You know? Fahrer, I don't know, wahrscheinlich fahre ich auch selber. Aber Hacker könnte uns Zeit sparen. Okay, wir haben's. Wir machen's, Chad. Jetzt haben wir 200 Mew gerobt. Alright, dann lass uns alle Sachen organisieren und dann geht's ab. Ich wurde gerade fruity mit dem S-Wort übersetzt. Ist das die Übersetzung? Alright, let's go. So. Klau den Polizeitransporter. Nichts leichter als das. Jojo. Geiler Polizist. GG. Boah, das war irgendwie unfassbar einfach. Ich hab das Gefühl, es sollte nicht so einfach sein, den Polizeiwagen zu klauen. Einfach offen, der Wagen, der ist einfach reingegangen. Alles klar, Step 1 haben wir. Was jetzt? Okay, ja genau, wahrscheinlich wollen wir jetzt Fluchtwagen. Ja genau, das war ja noch die zweite Sache, die wir sagten, die wir brauchten. So, dann ziehen wir mal durch, Chad. Wie wurde ich für den Scheiß-De-Ausleser-Bittikett-Gefilfe? Sorry. Oh, das sieht nicht aus, als würde die Karre ganz unten ankommen. Oh, never mind. Saved, I guess. So. T-Palmer hat gesaved. Real talk. Warum? Muss ich irgendwas noch machen? Ah ja, hier. Bereite das Fahrzeug für den Goldraum vor. Boah. Woll ich noch irgendwas? Panzerung. Boah, getühte Scheiben, Digga. Man könnte sich ja sonst nicht, oder? Ah, komm, wir gönnen uns alles, Digga. Scheiß drauf, wir sind verfickt nochmal reich. So. Zack. Ja, moin. Moin, Chef. Ja, wie geht's dir? Boom. So, und rein. Digga, wirklich. Ich fühl, was Marcel mir damals sagen wollte, bevor ich GTA gespielt hab. Bro, diesen Typen meinem Strip-Dop eine reinzuhauen, ist der Hammer. Digga, es ist das beste Gefühl. Oh, mein. Ah, our network hacker. Don't be fooled by the CRT and the fax machine. The hardware here is state VR. Don't be fooled by the rock, said I good. I'm still, I'm still. Journey from the block. Digga, wer ist er? Wer sind die Kollegen? Achso, Trevor, what the fuck? Alter, schön im G-Wagon. Jetzt unauffällig sein, Chef. Digga, auf einmal Auto umgeparkt. Auf einmal Auto umgeparkt, Junge. Rock and roll. Seriously? Let's go. Drop the Stinger. Lässig. Ja, das sehen die wahrscheinlich auch nicht, ne? Das riesige Nagelbett, was da liegt. Haben die nicht gesehen, ja, Moin. Vollidioten, Alter. So, einmal raus, ihr Arschlöcher. Oh, shit. Your move, buddy. Ja. Ja, schön, alle in einer Reihe. Schön. Oh, shit, wir sind die. Achso, unsere Mates, okay. Aber das machen wir jetzt mit den Reifen. Oh, suchen wir die Reifen, damit die... Damit die... Kugelsicher sind oder so? Bro, smart. Boxenstopp, bro, for real, Digga. Achso, ja, klar, wir gehen im Nagelbett, Digga. What the fuck? Ja, natürlich, bro, ey. Wir gar nicht gerafft, Alter, ey. Gar nicht gecheckt, ja, na klar. Digga, what the fuck? Ja, ey. Digga, schön mit vier Platten weiterfahren. I'm about to rob the biggest bank on the planet. Fuck, fuck! Look, Casey, I need you calm. You're no use to me when you're freaking the fuck out. What you want to be right now, it's useful. Fast schön. So. Ja, was geht ab, Alter? Ja, heul doch, Digga. Here you go. Bro, da warum schreibt einfach jemand im Subchat einfach Leck Eier? Bro, in jedem anderen deutschen Twitch-Chat wärst du ein Perverband. Was ist das für eine Scheiße, Digga? Warum schreibt einfach Leck Eier, Bro? Was ist das für eine Kacke? Wir sind gerade mit Katzen, Leute. So eine Scheiße, ey, wirklich. Vor allem Impact ist der Allerschlimmste. Und Mep auch. Oh, günstig gerade, Bro. Zwei. So, okay. Das Abholteam ist da. Digga. Chad. Jetzt wird abgesaftet. Also, wir klonen das Geld, meine ich. Wir holen jetzt das Geld halt auf. So, okay. Dann machen wir es mal. Pipi, pup, pup. Schön zweiter Mio mit 1, 2, 3, 4 gesaved. Klassiker. So. Dann gehen wir mal rein. Gentlemen. Ah, okay. Dann gehen wir mal rein. Absolut. Dann gehen wir mal rein. Oh, schweiß. Fuck. Wah. Niiice. Ja, heul doch, Dinger. Ich hab' vielen Dank für die 37.000 Subs wieder. Die sind unfassbar unverdient, ich hab' keinen einzigen davon verdient, aber trotzdem Dankeschön. So, okay. Bro, das ist ein fucking easy chap. Ich dachte irgendwie, das wär' schwerer. Wir nehmen die einfach mit. Ich hab' andere Möglichkeiten. Hey! Ich weiß, deine Chance, wenn eine early death erhöht wird drammatisch, wenn du reitigst. Ja, ich hab' das in mir. Hm. Das ist ein Anleitung von dem neuen Start, Bro. Ja, wir sind das Polizisten. Wir spielen Gitarre-Play. So. Dann schiebt mal rein das Ding. Mal kurz nicht mehr da, wieso hat Trevor jetzt ein Vollbart? Du warst schon länger nicht da anscheinend. Trevor hatte schon immer ein Vollbart, beziehungsweise sehr lange schon. Alright. Ich hätt' auch Seiten auf null. Digga, wir haben alles so stealth gemacht, um jetzt hier einfach das Ding umzufahren? Digga, da war doch jemand, der hat uns doch legit einfach das Ding aufmachen können. Was ist das denn für ne kreike Scheiße? Ah, okay. Oh, wir sind drinnen. Digga, warum ist Franklin bei den Hackern? Der hat gar keine Ahnung, Bruder. No joke. Der hat keine Ahnung, Bro. Ach du Scheiße, Digga. Oh, nee. IB liegt. So, okay. Diese Fighters stehen für Michael und Trevor. Hilf ihnen, Ziele zu erreichen. So. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ach so, das sind die Ambeln, Digga. Check. Dann mach ich den, oder wir haben die Rot hier. Die Vollidioten. So, ihr habt Rot. Easy. Digga, warum fahren die so einen Umweg, Bro? Fahr einfach zum Ziel. Ja. Da kommt einer. Da haben wir so einen Samen. Ja. Oh, shit. Da kommt einer. Da haben wir so einen Samen. wir sollen es haben wir sollen es haben wir sollen es haben ein bisschen mehr noch einbauen können das ist eigentlich ganz geil ist in online für real ich glaube ich stelle mir online ganz anders vor als es wirklich ist ich glaube online ist auch viel geiler wenn sich mit freunden einfach zu machen dann schreibt es in die kommentare ob wir das machen sollen wenn man so Haben wir schon trotzdem einen? Easy, Chef! Bicker later, man, allright? Oh shit, Meriweather! Oh shit! Oh shit! So, da kreppeln los bei den Arrows, he? So, Männer! Zack! 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 Ja, Männer, habt ihr auch mal Lust irgendwie zu pieken, Digga? Was ist das für eine Scheiße? Aua! Haben wir alle? Ich glaube, jetzt haben wir alle! Ja! Let's go! Easy going, allright! Dann weiter geht's! Dann laden wir die Scheiße mal ein oder geht's los? Nice try aber! Finde ich auch geil! Keiner macht mit starke Dodo! So! Stopp mit einem Neustrag, Dipschit! Wenn du versuchen möchtest, be my guest! He? Leid die Weg! Alright! Eingeladen und jetzt geht's los, Chap! Dann fahren wir die Scheiße mal hier raus! Bruder, wie unnötig diese Karre noch umzufahren! Digga, wir haben 5 Sterne! Holy Shit! Boah! Ich hatte noch nie 5 Sterne! Ha, ha! Ich schau ja richtig stark gerade! Alright, alright, alright! Ich meine ich muss den nur hinterherfahren, oder? Oh Shit! Oh Shit! Ey! Tigger, was ist denn Fick it up? Du hast eine halbe Tonne Gold im Kofferraum. Äh, ja. Well, verliere ich Geld? Verliere ich Geld, wenn ich Unfall baue? Boah, lässig, Digger. Michael Bane Shit, okay? Nee, war am Anfang schon so viel? Okay. Junge, wir haben 183 Bio dabei, Jack. Oh, okay, das ist der Hedi. Den müssen wir hier runter bekommen. Digger, ich will gerade auf diesen Tüten da schießen. Ach, Digger, Mann, wie unnötig, Alter. So. Von weg, der Klassiker. Der gute alte Klassiker. Ja, Mann, vier Autos verschwinden und zwei Trucks fahren aus dem Tunnel raus, wo genau vier Autos reinpassen. Wo sind sie hin? Oh, mein Gott. So. Schön. Schön. Wundervoll. Gut gemacht. All right, geil. 180 Mio, I guess. Du musst mal öfter nachts raus, da ist die Chance höher. Lest du mich verblockt auf. Alter, ich glaube, jetzt müssen wir nur noch Geld zählen, dann haben wir es. Wer haben es? Wer haben es? Wer haben es? Wer haben es? Da ist er. Schon am Saugen. Ich brauche sie schon ein kleines Bier hier aufgemacht. Ich habe eine Frage, hier, aber wo ist die Klassiker? Ich habe es auf dem Klassiker, für ein paar Tage, während ich es für den Klassiker habe, um es zu spüren, 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 um es zu spüren. Ich habe gestern den Sohn von meinem Vater geknallt und ihn dabei einem dem West Coast. Bro, unkünstiger Zeitpunkt. Digga, lass mal zabe ich sie, du. Digga, Franklin ist der beste Charakter, ich sage euch so, wie es ist. Franklin ist der coolste. Wie ich es gecoilt habe am Anfang. Digga, boah. Boah. Ey. Michaels Anteil 18 Mill, fast 19. Franklin ist out, Trevor ist auch. Digga. Was soll ich jetzt sagen, Chad? Prophets. So. So. So geklingelt. Hallo. Hey, Slick, es ist mir. Was du willst? Du hast mein Geld, Pump? Hey, du hast ein bisschen Kokonat oder so? Ich brauche ein bisschen Elektrolyte. Damn, es ist ein bisschen warm, nicht? Man, du hast ein Däffniss oder so. Ich solltest dich jetzt töten? Oh, nein, bro. Nicht ich. Nein. Nein. Oh, ja. Aber das ist mein Junge. Aber das ist mein Junge. Er hat sich betrachtet jeder, die erneut. Er hat dich involviert mit dem Regierung. Und er hat sich verletzt, einige venturte meiner Unternehmen verletzten. Er hat sich verletzt. Und du wißt du was? Ich würde sagen, dass das nicht persönlich ist, aber es ist. Ist das nicht. Aber die Fehrs, man. Die Fehrs haben gesagt, mich zu töten Trevor. Und ich, natürlich, kann sie beide töten. Die Fehrs. Steve Haynes. Dave Norton. I own shopping malls. I would not employ those two clowns in. And I make one phone call. Their careers, they are over. So you're going to A, listen to some 50 grand a year pension hunter. Or B, a billionaire, who even the president lets finger his wife. Or C, try and be really stupid and save those two idiot mentors of yours. And have everybody in the goddamn state rolling up your ass. You're saving the homies, oder? Ja, C, C, 100%. Beep, 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 and your answer is. And you know what? Man, fuck you. Genius answer, pal. Total genius, but time is running. You think about it. Me? I got a triathlon coming up. And I am in deep training. Bye, bye. Man, fuck you. Okay, muss ich jetzt dazu entsch ... Digga, was? Bro, über Handy? Was ist das für eine Scheiße? A, B, C über Handy, Bro? Ich muss über WhatsApp entscheiden, ob ich Trevor umbringen will, Michael umbringen will, oder mich selber. Bro, that's crazy. That's crazy. Über fucking WhatsApp. Okay, ey. Okay, das ist krass. Ähm, ich weiß, ich werde, glaube ich, das tun, was so viele Leute nicht so feiern werden, aber ich glaube, wir bringen Trevor um. Ah, der ist eingeloggt. Franklin, was's up? Shit, was's cracking, homie? We need to talk, but somewhere quiet, alright? Yeah, sure, man. Whatever you need. How about one of those empty lots of Elboro, on the east side of town? Yeah, alright, homie. Look, I'll meet you there, alright? Yeah, alright, homie. Also, es kann sein, dass jetzt irgendeine Sache von den drei Sachen irgendwie besser gewesen wäre, und dann gäbe es ein besseres Ende oder so. Also, aber keine Ahnung, hätte ich jetzt alleine gespielt, ohne Chat, hätte ich mich hundertprozentig, was ich ja gerade gemacht habe quasi, weil wir Emote-Only waren, äh, hätte ich mich hundertprozentig auch dafür entschieden, deswegen fände ich die Entscheidung gut. Und ich bleib dabei. Ich hab ihn. Oh. Das war er nicht. Nevermind. Nevermind. Dankeschön. Wir fahren einfach mal weiter. Kennt ihr den Moment, wenn ihr gerade euren, einer eurer Freunde, mit dem ihr, mit denen ihr 180 Mio-US-Dollar geraubt habt, gerade umbringen wollt, und eure Freunde bringen euch gerade mal eine Rine rein, beste. Wie das? So. Wo, 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 wo? Das ist schon gehen, oder? Digga, er wird wie ein Bastard. Holy shit. Yo, where are you, man? I'm taking tea through the oil field. Shit. okay i'm not far away try and stop him normalster fahrer in berlin braun wirklich uber fahrer ist wohl vorbei arschloch der linken wichser ja einer von uns sein muss gehen ja 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 Traver! Mann, das war dein bester Freund! Bist du. Wisst ihr was, tough guy? Es ist... Es ist die Zeit, dass du dich aufhörst. Ich weiß, ich bin ein schlechtes Stück von Arbeit, aber dieser Mann, dieser Scheiße! Keine Bedingungen. Keine Sensor. Keine Sensor. Keine nichts! 24-7 Insanity. Day in, day out. All the time. Never regretted nothing. Never cared for nothing. Warum hast du nicht alle gerettet? Bro, wie? What the fuck? Da war Michael umringen, Trevor umringen oder Todeswunsch? Mit C? Bro, woher soll ich wissen? What the fuck? Human stew. That's my limit. I know that now. Ja, ist nur Trevor. Bisschen Schmut ist immer, wa? Er liest aus dem Dialog raus, dass Option C alle überleben ist und nimmt dann A. Ja Bro, es hat sich so angehört als Option C, das wäre. Aber in der verfickten Whatsapp-Nachricht, die er geschickt hat, stand da C. Todeswunsch. Ich weiß nicht, ob ihr familiar seid mit dem Begriff. Todeswunsch. Aber da, wo ich herkomme, heißt es, man stirbt. Whatever it takes, kid. Survive. Alright. Ja, jetzt war ein gutes Game. Ich bin sehr gespannt, wie die Online-Dinger sind. Wie gesagt, wenn ihr das sehen wollt, Freunde, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Äh, bei YouTube. In dem Sinne. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.